Warum ist es beim Nachtexpress nicht möglich, den Halt auf Wunsch zu verlangen? Unser Nachtexpress-Netz hat 18 Linien, mit denen wir die ganze Stadt erschließen. Und nachts sind halt auch in unserem Netz sehr viele Leute unterwegs. Wir haben viele Anschlüsse auch in diesem Netz. Und von daher ist es für uns wichtig, dass die Anschlüsse auch pünktlich erreicht werden. Und jeder zusätzliche Halt kostet leider eben auch Fahrzeit. Und diese Fahrzeit haben wir nachts nicht, um das entsprechend sicherzustellen. Und deswegen können wir das leider nicht anbieten.